Schön wäre es, nachher, wenn der gefühlvolle Teil kommt, wenn es das ganze Publikum einmal schön leicht, leicht in den Hintergrund sowas bringen würde, wie Und das können wir alle noch üben. Und zwar immer, wenn ich diese Zeichen mache, macht eher Spontan, super. Ich bin der Spontan! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020